Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six, TDM Hostage, da kann der Manus ja Manus machen, denn der Manus ist auch dabei, genauso wie der Freezy, der Liquid und der Dalu. Hallo. Hallo. Ein Moderator, der seinesgleichen sucht. Danke. Ja, das ist krass. Hallo Leute. Das nehme ich. TDM Geiser kann der Manus ja Manus machen. Ja, komm ey. Ich mach jetzt den Manus. Please, no. Können wir eigentlich selber die Geisler erschießen? Ne, das geht nicht, ne? Doch. Ach doch. Ja, natürlich. Das ist ja total unrealistisch. Auf jeden Fall. Aber man kann jetzt die Geisler unter Strom setzen, ohne dass was passiert. Würde sich trotzdem nicht versucht. Ich würd's versuchen. Nein. Wurde kaputt. Hier steht auch der Capcom-Bug, wurde gefixt und das stimmt nicht. Die Geisel muss gesichert werden. Klar, ich hab mal vor uns versucht. Ey, geht ja jetzt auch anders. Die haben nur die Methode geändert. Der Wahnsinn. Ich zeig euch die Klassik-Bärenfalle als Backup. Die hier. Das ist der Hit. Warte? Ah, oder? Wenn einer über den Tisch slidet, weil er unglaublich cool ist, slidet er voll rein. Wo denn? Die ist so gut, dass du die ja gar nicht siehst. Mach mal die hintere Wand mit Castle zu, lieber, und lass die hier normal. Okay. Also die hier... Warte, warte, warte. Ne, 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 zur Geisel hin. Lass ihn doch, lass ihn doch. Zur Geisel hin. Zur Geisel hin. Die eine, die ich gerade gesetzt hab, da bitte normal. So, ich bin jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Nein, da, wo ich gerade deine Wand eingerissen hab. Da eine normale Tür. Achso, ja. Und dann, wenn du zur Geisel gehst, die du bist mit Castle. Kann man hier noch einer zumachen? Ja, die mach ich jetzt. Achso, ne. Die hier, die hier. Auf der anderen Seite. Ne, Mann, das geht nicht. Die ist verbuggt. Genau, die ja. Kannst du nicht zumachen. Die Tür. Grüß sie. Die Tür. Die Tür geht nicht. So, na ja, dann chill mal hier, oder was. Ich geh jetzt zu den Waschmaschinen. Komm, Sachse. Setz dich zu mir. Ne. Alles. Oh, nice. Hat er einfach reingesprayt. Also, er hat einfach auf gut Glück sich reinrennen geschossen. Na ja, war egal. Die kommen jetzt runter. Ich glaub, Fuse hab ich euch genommen. Ich hätte lieber das Schild gehabt. Von wo kommen sie? Äh, genau da, wo ich gestorben bin. Aber ich denke, die wollen durch die Decke. Sonst wären sie mir nicht entgegengekommen. Wo ist denn das hier, ne? Das ist bei dir, Renni. Mhm. Oh. Wurde entdeckt? Wo denn? Achso. Anus, die Kamera hinter dir über dir spottet dich. Heißig, Klappe. Oh, loll. Da hat die Geisel geklaut. Was? Ja, die Geisel. Ja, ich hab durch das Netz, hab ich jemanden erschossen. Der hat nur Schüsse gesehen. Und hat dann einfach zurückgeschossen und die Geisel gekillt. Ach, das ist geil. Weil ich direkt links sozusagen, der vorne durch das Netz geschossen hat. Weißt du? Hat er den Manus gemacht. Das ist geil. Ja. Doch wissen wir nicht, ob er gerufen hat. Er hat einen. Achso, nee, das ist doof. Das wird erst durch die Ansage zum richtigen Warnhaus. Ja, das stimmt. Hab ihn! Achso, das ist doch eine dritte Organisation. Die töten die Geisel. Also das ist doch deren Aufgabe. Von denen muss man die Geisel beschützen. Ich hab ein Special Level geschafft. Müssen wir jetzt angreifen. Hören. Ah, bald hast du das Game verstanden. Oben. Ja, alle hier oben rum. Schlaminer, da fahr ich doch mal hier in die Midlaster. Die Midlaste, alter Schwede. Was denn? Und du bist Beamter? Was? In die Midlaste, ist die noch mittiger als die, die in der Mitte ist? Ach so. Die mittlichsteren. Die mittlichsteren. Die am mittlichsteren. Genau. Aber ich find auch gar keinen, ne? Die mittlichsteren. Kannst du jetzt mal bitte, ne? Die ist perfekt mittig von ersten und dritten. Mittlaste. Die mittlere, du Pfeife. Ja. Mittlaste. Mittlaste. Um unten, um da vorne, oh mein Gott, ey. Kaktusse. Ich muss auf die andere Seite, ich muss irgendwo von oben. So, pass auf, ich geh rein und mach Bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. 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 Ja, 10. Halt auch noch. Oben liegt auf jeden Fall einer auf dem Boden. Hab einen. Ich hasse den, manchmal hasse ich den. Hast du gesehen was er gemacht hat? Oben, da will einer einen aufheben. Ein Gegner verbleibt. In die Hax. Ah! Der hatte schon ein verletztes Bein. Der war ganz oben, der kam runter. Da komm ich angerannt. Guck schon Shit 2-2, ist doch cool. Ach ne, 2-0. Ah, vergess einfach, ich bin raus. Oh Gott. Ich bin raus. Der Kaffee, das ist der Kaffee. Krieg mal direkt die Westen bitte. Alles klar. Weil ich will das ein bisschen auf große Wanderung gehen. Ich auch. Voll, verteilt mal ein paar Kapkanträte. Ich will jetzt 3 Kills mit Kapkanträten. Ich leg äh, die... Ach Shit, das ist ein Kackraum. Wär mir jetzt unten gewesen, wär nicht gesagt, ich leg einfach 3 Bärenfallen hier versteckt hin. Und alle gehen Wanderung. Und fangen die Ausgänge ab, wenn die zurück rennen. Ja. Lass uns nochmal, wir machen den Raum schön dicht. So gut wir könnten. Ich leg hier ein paar Sneaky Fallen. Werde verspottet. Wenn die Drohne nicht weggehen... Ich hab 2 Drohnen entdeckt. Jetzt können sie kommen. Eine Drohne ist hier im Raum. Ja, irgendwo in den... Wo den Scheiß sitzen, ja. Schleppt alle Leute? Ich hab die Westen entdeckt. Ich hab's ja... Ich hab's ja... Wieso? Das Gerät ist in Position. Gerät ist platziert. Gerät wurde platziert. Okay und abhauen. Bei mir oben. Er hat gespottet. Das kann nicht Spaß sein. Das kann nicht Spaß sein. Neues Magazin wird geladen. Ah ja. Oben? Kannst du dich doch das Flugzeug oben rein nehmen? Ja. Ja, dann ist der da hinten. Ganz hinten am Bug. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ah, oben. Was ist denn mit dem Bobs nur los? Ey, ernsthaft jetzt? Aber siegessicher hat er das gemacht. Bob, Bob, Bob. Ja, das war ne gute Idee. Ja, naja. Rendi. Ja. Ähm. Dann würde ich sagen, ein Hoch auf die Noobs. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumschneller ist nicht vergessen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.